Als einsamer Single wurde Marcel aus Unterfranken Kandidat bei Bauer sucht Frau. Mit seiner auserwählten Jasmin erlebte er nun Momente des Glücks, die ihn zu Tränen rühren. Innere Leere spürte der 29-jährige Landwirt Marcel aus Eschau im Kreis Miltenberg noch bei seiner Bewerbung für die aktuelle Staffel von Bauer sucht Frau. Punkt jemanden an seiner Seite zu haben, war sein großer Wunsch. Durch seine Teilnahme an der beliebten Kuppelsendung lernt er schließlich die gelernte Bürokauffrau Jasmin aus Köln kennen. Und es hat gefunkt, bald wird deutlich, welche Veränderung die 30-Jährige bei ihm auslöst. Nach und nach lernt Jasmin die Welt des Kuhhaltes kennen und dabei kommen sie sich so nah, dass Marcel von seinen Gefühlen überwältigt wird. Punkt empfinde wahnsinnig viel, Unterfranken bei Bauer sucht Frau im siebten Himmel. Ich empfinde wahnsinnig viel für die Jasmin, gesteht Marcel. Jetzt möchte er seiner Auserwählten auch die Zubereitung von Kartoffelklößen, der Spezialität des Hauses, näher bringen. Schritt für Schritt leitet er sie an, und alles funktioniert offenkundig prima. Es ist natürlich schön zu sehen, dass wir beim Kochen auch so gut harmonieren, wird der Bauer sucht Frau Kandidat in einer Zusammenfassung von RTL zitiert. Beim Kneten des Klosteigs kommen sie sich immer näher. Ich würde sagen, dass ich schon ein Stück weit verliebt bin in die Jasmin, gibt der Mutter Kuhhalt dazu. Jasmin scheint das ähnlich zu sehen, wie sie dem Sender sagt, ich hab ihn schon echt sehr in mein Herz geschlossen. Punkt bei einem kleinen Ausflug ins Grüne werden die beiden dann auch voreinander immer deutlicher. Ich würde schon sagen, dass ich ein Kribbeln im Bauch hab, wenn du bei mir bist, so Jasmin gerade heraus. Punkt das lässt Marcel nicht unkommentiert stehen, das Kribbeln, das ist auf jeden Fall da und das Gefühl möchte ich nicht mehr gehen lassen, zitiert ihn der Sender in seinem Rückblick. Punkt Landwirt Marcel blickt in die Zukunft, Traum vom Familienglück zu dritt. Marcel ist von seinen Gefühlen und der gesamten Situation sichtlich überwältigt. Ihm versagt die Stimme und Tränen fließen, führt RTL fort. Es hat mich unglaublich berührt zu sehen, wie emotional er geworden ist, so Jasmins Reaktion. Immer wieder umarmen sich die beiden und zeigen damit, dass sie zusammengehören. Auch die Tatsache, dass Marcel in Bayern lebt und Jasmin in Köln, ist für die beiden kein Hindernis. Mit der Jasmin geht für mich schon ein kleiner Traum in Erfüllung, gesteht der Unterfranke mit einem Lächeln. Der Milchkuhhalter träumt nun sogar vom Familienglück zu dritt, denn Jasmin bringt einen Sohn mit in die Beziehung.